ARD Text im Auftrag von Funk Oh ja Das wärs, Alter Die haben einen Light Tank, der ganz oben links kämpft An der Position, wie du immer sitzt, wenn wir auf E pushen Äh, auf A Gameladen dauert heute besonders lange Wo geht's irgendwann noch? Okay, ey, musst du echt meine SSD kaufen Ja, das schiebst einfach mal auf das Update, wenn man läuft Und so geil ist das Kampf, ist das normal nicht Stört der Lighting, oder kann ich ihn noch ein bisschen da umlassen? Kannst du ihn noch da umlassen, mich stört er nicht Hab ich schon Ähm, blöd mich, komm, join Oh, der war dann Ich bin auf dem Dach ist ein Typ Geist, what you do Mörsern Einer hat auf dem Dach, ich glaube, gemörsert Äh, der Lighting ist jetzt hier unten bei B irgendwo Ja, ich hab heute keine Amor Ah, ne Ach, neu Oh mein Gott, das Teil von ihm Warum pushen sie sich mal eigentlich Warum pushen sie sich mal eigentlich? Wir waren doch gerade schon mal fast bis bei B Ja, das ist wirklich klar Warum chillen die jetzt immer noch ganz hinten bei C irgendwo rum Warum schießen die auf mich? Und warum ricochieren die nicht, ja? Oh mein Gott, oh mein Gott Und hier Holy fuck Scheißsnappen von denen, alter Okay, es werden Häuser kaputt gemacht Oh mein Gott Oh mein Gott, oh mein Gott Er hat gerade so, Sub-Leute von, von links nach rechts, Frederic Er hat gerade so, Sub-Leute von, von links nach rechts, Frederic We are losing objective dark Warum sind sie, warum sind sie ganz das kaputt auf, auf C drauf? Okay Oh fuck Leute, was macht ihr hier? Was macht unser Team da hinten? Fuck Ich krieg's hier nicht hier Wir feiern noch Weißt du wo? Und äh, genug mit dem ist tot Ist tot Okay Oh, wir fällt in den See und ist auch wieder einer hier von unten sein oder oben Wer hat er gesnaped? Oh kein Spaß, ich bin nur am Rappen gerade Hier sind nicht Oh Gott, ist das über der Pferd Hier irgendwo oh leil, die sitzen ja genau hinter der Kante Okay Okay. Hier hinter... in dem Haus, rechts. Vielleicht nachher, dass wir wollen, oder so? Nein, nein. Okay, wir müssen alle tot. Wir müssen alle tot. Ja, wir müssen alle tot. Oh mein Gott, wir können alle tot. Okay. Okay. Okay, wir können alle tot. ihr geht mal hier im und er st und die bühne ist nicht so holy shit wie viele Leute auf C sind oh mein gott okay das ist komplett normal also kriegt sie nicht verteidigt ich bin es runter das war einfach nur alles Das ist so komisch, das hat keiner, ob diese Map, die man beim Joinen hat, oder nicht. Äh, im Joining-Screen hat, ähm... Gut, mir gar keiner angezeigt, wie der Panzer von Juli. Ich konnte nicht joinen, die ganze Zeit. Da hat ein Elektro bei mir. Ich hab den Light-Yank. Anfangen hier. Das ist so komisch. So, muss ich irgendwas beachten bei der Festplatte? Wollt ihr jetzt die erst, oder was? Ne, erst mal ne Hard-Idee, ne. Ich weiß nicht, also ich... ...hab da auf mich nicht viel geachtet. Gar nichts, ehrlich gesagt. Ja, ich bin jetzt auf das alte Modell gegangen, das ich jetzt drin hab, was ich bestellt hab. Da gibt's halt ein neueres Modell davon, da hol ich mir das hin. Ja. Ja, auch geil. Du schmackst du hier, ich test nicht in dir. Die SSD, wo muss ich da drauf auch? Auch auf nichts. Wollte einfach mal eine Samsung-SSD. Ja. Samsung, irgendwas, eh. Ich weiß dann die Richtung. Die echt, aber sind die alle kompativen, so? Ja, die haben alle den gleichen, also... ...Satan-Anschluss einfach. Ja. ...Satan-Anschluss. Ja. Heel. Ich war direkt, das haben wir verloren. Warum kostet die 256... Was sagst du denn? ...das haben wir verloren. Das Team ist absolut los. Aber ich hab fast nicht verstanden, was du gesagt hast. Ich hör doch mal. Du. Sag mal, verloren hab ich gesagt nämlich. Ach so, okay. Das hab ich jetzt noch irgendwas gesagt. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Ja. So weit außen. Ja. Ich hab den Centrum. Ja. Ich hab den Centrum. So eine SSD an. Ich hab keine Ahnung. Genau. Wieder ne HDD mit Satanschluss. Das muss ich auch noch mal angucken. Halt nur kleiner, weißt du. Ja. 3,5 Zoll statt 7. Oder? War nur 3,5? War nur 2,5? Ich weiß nicht. War eigentlich 2,5 normalen 3,5 bei der HDD? Kann sein. Ich weiß es nicht. 2,5 Zoll. Gibt es eine von Samsung mit 256 GB für 133 Euro? Oder gibt es eine von Samsung mit 50 GB für 94 Euro? Ich hab mir wahrscheinlich die Lesegeschwindigkeit anders. Oder ist es eine SS-HT? Oder ist es eine SS-HT? Weil das da ein bisschen falsch geguckt. Also. Ich hab diese. Was ist das? 850? Samboon 850 irgendwas. Muss sein. LOL. Das ist eine SS-HT. Das ist eine SS-HT. 2,5. Ich weiß gar nicht was ich hab. Ist das alles. Ja. Ist das alles. Du bist ein Gott. Vorher wie shit hat er mich gerade geschweckt. Ich guck gern wissen was da ne Unterschied ist. Ja die Lesegeschwindigkeit wahrscheinlich. Ja. Steht ja meistens drauf. Ja das ist auch nur 850. Einer ist halt Pro oder das andere oder nicht. Aber da ist der Unterschied. Ja. Aber eigentlich egal welche SS-D du hast. Und bei so sind alle zu schnell dass du ins Game reinlädst und so. Also selbst wenn du so hast. Also in den Spiel macht der Unterschied. Ja. 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 Ja super. Wieso da rein? Ja. 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 Ich bin fast beendet. Wurde von der FIFA geraped. Ja die hatte mich aufgelöst. I'm going to get raped I guess. Der läuft gerade lang, wenn man das nicht gemacht hat. Ein bisschen Schatten. Das ist legit. Fiat 2. Fiat 2. 5TB SSD. Locker easy. Fiat 4. Hat sich schon mal. Ich gönne die für das Mark. IT gore. Fiat 4. Dürfte der nicht hätten? Der ist schon da viel zu lang hätte der was. Was wollte ich machen? Bitter konzentriere. Monitor. Tor. Scheiter 37 Zoll. Wunder schön, 40 Hertz. Wird wirklich. Also ich bin meinem sehr zufrieden, aber der hat wohl immer 600 Euro gekostet oder so. Was kann? BenQ. Ach du musst nachstehen, ja. Irgendwas mit dem L am Ende. BenQ-Sold war es noch teuer. Das war 240 Euro auf meiner gewesen, der war ok. Ja. Ich hab nen BenQ auch. XL 2411. Der Acer hatte ich auch überlegt. Nur 400, nein ich weiß nicht mehr. Hab ich zu Weihnachten bekommen, deshalb war das... 179. Oh sorry du bist tot. Teammate Götter konnte kommen. Da hab ich 100 Punkte für den Black Neutralize verloren. Sorry, fahr da weg. Unerhört ey. Moment, jetzt push dir ein Landship auf C. What? Time to push. This is my time now. What? Wie ist denn ich... Auf Höhe von C sind auch noch ein paar Sniper. Oh, pfff. Woher hat er? Wie ist denn ich nicht? Wie ist das? Wie ist das? Perpressive Fire. Das score wird nicht echt gut im Spressen ey. Mit so einem Finger. Hääh! What the f**k?! Die random Shotgun hinter mir. Ich geh mal nach C. Oh Gott, das ist sehr interessant, ich habe noch einen Landchip drauf, voll vergessen. Du hast doch schönen Greco-Shit drauf. Hm? Nö. Wie ist das die Kugel wieder rausgeladen hat, du fuck? Oh lol, im Ernst? Das ist ein Fein. Ne, ne, das habt ihr mit dem Englern gegeben. Weil was, so weit kann ich nicht die drehen? Okay. Holy shit. Der Typ hat dann ab und ab und ab und ab. Oh Gott zack. Oh. Oh, okay, ein Problem. Liegt da irgendwo eine hellige, ne? Ja. Ich glaube der steht nicht so. So und so. Ich möchte auf den nicht dauerhaft zu pressen. Game. We are losing objective button. Du schmank. Machina muss fehl. Aber er hat sich ernsthaft hinter versteckt gerade. Okay, Trails. Mit dem weirden. Level 8er mittlerweile. Hm. Ah, ich werde schon. BIPPEL MEDIC. Neat. More. MEDICS. Sehr geil, das war nur. Der hat sich im Team schon noch ganz schön gefangen. Der hat mir so reingeschissen zum Beispiel. Ja, aber echt. Der hat mich so weit pushen lassen. Oh mein Gott, ich bin so ein Bot. WTF? Da to thin ich schon noch nicht. Oh mein Gott, ich hätte ein bisschen länger warten sollen. Oh mein Gott. Augenblick. Bist du rechts an einem Haus? Ganz unten rechts, ja. Der Typ noch da? Ne, alle tot. Das wollte ich hinkriegen. Bist du drinnen gestorben, draußen? Ne, ne, draußen. Okay, jetzt wird doch nichts. Ja. Ich habe von Anfang an nicht. Hat mich mit einer Shotgun geblieben, hat mich da angehört und ist so viel um die Ecke geworfen. Wenn das Geld in die Morgensonson. Okay, tschüss, tschüss, tschüss. Okay, tschüss, tschüss, tschüss. Komm wieder, der Typ. Oh mein Gott. Friedrich. Wie fucked. Ja, wie fucked, aber wirklich. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Iron. Wie dead. Hydra, 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Riff muss auch nicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Weil ein sehr erfolgreicher Spawn. Oh mein Gott. You won't have. Die müssen erst mal erklären. Hier kommt einer. Ähm. This is fine. This is not fine. Sorry. Wir kommen rechts, einer. Close, close, rechts. Allerdings. Das war, oh mein Gott, der hat 92 gebt. Der stirbt wahrscheinlich. Ja, der ist tot. Ich bin weg. Jo, ich bin weg. Du parkt halt jetzt nicht da. What the fuck. Kann man jetzt, kann man bitte aufhören auf mich zu schießen die ganze Zeit? What the fuck, ey. Oh, sie haben einen Archer, der auf Roadkilling Spree geht. What? Ey, dieser Zug, das ist, was will der von mir? Warum, warum ich? Der will mir Punkte geben, Juli. Das finde ich ja okay. Da habe ich an sich kein Problem mit. Aber der, der muss mich da nicht, aber nicht auf dich rechts von mir. Ja, ja. Oh, ja. Au. Au. Ich bin fertig. Aber ich glaube einer von mir. Meffi ist 18. Ja, ich bin zuverlässig, ja. Wo kommen die alle her? Warum? Randomer. Random läuft nicht. Ja, ich bin so ein Track-Renade gefüllt. Der Zug! Junge! Noch einen Kill, Juli. Ich hab den Kill vorhin noch gemacht. Das ist fein. Oh Gott, hier ist einer. Wo kommt der schon wieder her? Ich weiß es nicht. Ich dreite es nicht einfach. Komm mir mal irgendwo den Schlüpfen im Boden oder so. Eck really looks like Aimbot. Oh du siehst sogar wie Aimbot aus. Ich kann es ihm nicht verübeln. Ja gut, jetzt gerade ist es tatsächlich... Wieso push ich noch mal vor? Wieso frage? Lass mich mal bitte weiter in den Zug zu retten, damit ich Punkte an dir farben kann. Was mich da aufzupressen? Ich habe gerade keine Kills mehr. Meine erste Kills sind zwei Minuten. Wuuu! Huuu! Oh, der Pushtel ist ja... Ich bin mir denn raus. Oh, der ist der Artischock! Äh, ein... Der andere hinter der Bühne. Ja. Der Artischock kommt, der Artischock kommt! Er hat mir einen Fates. Ich accepte meine Fates. Der hat scheiß Roadkill da auch nur, keine Sorge. This is fine. Oh ja, ich hab's überlebt! Wie ist jetzt ein Sack, zweiter geht da schon gleich viel besser rein. Nö.